...der den Meister dieser Kategologie beherrschte seine Gegner beim Abschlusstätig und sicherte sich wie dessen. Verständlich, unterhorren müssen wir beiwachen. Ja, natürlich. Segunda. Moment, Senor. Selbstverständlich. Ja, weil er sich im Termin mal im Auge heißen. Ja, das war das. Handkriegen, in die Verkleidung rege Bissen. Au, der geht hoch, Hals. Der sei doch auch geht hoch. So muss ich fahren. Siehst du jetzt? Sieht das? So muss ich fahren. Die Mütze, wir schauen nach Hennen, Heinz. Ja, ha ha ha. Sieht ich ja nicht. Ja, das ist eben. Wir haben die Nachricht. Auge raus. So muss ich auf dem Auge nehmen. Wie guckst du dir das mal an? Ja. Schau, komm Kippel. Dann musst du ein Drehtzahlmesser im Auge überhalten. Dann kriegst du ein Bauch. Frau Neu dazu. Ja. Da gibt es ja auch noch. Verdunkel heute. Da wird noch etwas scherfer. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Es ist ja auch noch etwas scherfer. Ja, ja. Ja, das ist ja auch noch. Wie guckt hier. Unser Hackbar. Ja, ja, ja. Auch da sind die Flick zum Regen. Fleischmalen. Bitte? Fleischmalen. Nee. Nee, nee. Das viele Leute haben es nicht gemacht. Lass uns mal zurücklaufen, wer will. Lass uns mal gucken. Bitte auf mich. Bitte? Pause.